Hallo und herzlich willkommen YouTube, ich bin Sabotin und heute sprechen wir einmal ein bisschen über das neue Set Kings... Wie heißt das denn überhaupt nochmal? Kings Court, Kings Crown, danke Maurice und Jackie D, aber das klingt irgendwie nicht richtig, oder? Kings Court. Knapp daneben ist es halt auch vorbei. Auf jeden Fall sprechen wir heute einmal über die 5 besten Karten aus dem Set. Es wert ist, sich zu kaufen, zu öffnen oder auch damit zu spielen. Es gibt in dem Set eine ganz wichtige Information, die Konami uns nicht mitgeteilt hat, dass in diesem Set Götterkarten drin sind in einer neuen Rarity. What? Alle die Kings Court gekauft haben, als es noch so bei 40 Euro lag oder 45. Das Set ist mittlerweile ein bisschen teurer geworden, denn es sind Götterkarten drin in einer Millennium's Rare. Es ist eine ganz coole Rarity, aber die Frage ist halt, wie selten die Karten sind, wie teuer die Karten nachher werden. Ob es wirklich auf dem Ghost Rare Level ist von Ra oder halt nicht. Das ist auf jeden Fall ein Punkt aus dem Set. Ihr könnt da Millennium's Rares Götterkarten draus ziehen. Richtiger Hype-Moment. Und es gibt natürlich auch wieder in dem Set Collector's Rares. Das heißt, ihr habt die Möglichkeit wieder auch sehr, sehr seltene Karten zu ziehen, die auch sehr cool sind. Fangen wir einfach an mit den besten Karten aus dem Set und warum das ist. Die erste Karte aus dem Set, die eine der besten Karten des Sets ist, ist einmal diese tolle Karte hier. Das ist Glücksmelodie. Die Karte wird in VW gespielt, ist ein generisches Rang-3-Monster, mit dem wir halt Zeus machen können, weil die nicht gewählt werden kann von Karten-Effekten und die kann den Monster angreifen, kann nicht zerstört werden. Macht damit halt ganz easy Zeus und ist an sich keine gute Karte, aber die war halt schweineteuer, weil die vorher nur einen Print gehabt hat. Deswegen ist es eine der besten Karten aus dem Set, weil sie halt ein Zeus-Enabler ist, der vorher ziemlich teuer gewesen ist, der jetzt natürlich deutlich günstiger geworden ist. Die Karte wird jetzt, weiß nicht, maximal einen Euro geben oder so, das ist glaube ich eine Rare aus dem Set. Die nächste Karte aus dem Set ist ebenfalls ein Reprint und es ist halt eine sehr starke Karte. Die Rede ist von Dino-Diener. Dojka ist eine sehr, sehr gute Karte für Dinos und die war ja so bei knapp 20 Euro. Neue Print ist eine Ultra Rare, die geht zu ungefähr 4 Euro, wird wahrscheinlich eine der teureren Karten des Sets sein. Ist also jetzt deutlich, deutlich günstiger als der Print vorher. Dojka hat die Fähigkeit Monster-Effekte zu annonieren und das halt nicht einmal pro Spielzug, sondern er hat zwei Materialien, er kann einmal Material abhängen und Monster-Effekte annonieren. Er kann also zwei Monster-Effekte annonieren, was halt schon ziemlich, ziemlich stark ist. Die nächste Karte aus dem Set ist natürlich eine neue Karte und das ist die Karte Joker's Knight. Diese Karte kennen wahrscheinlich nicht so viele, weil sie auch neu in dem Set drin ist. Die hat die Fähigkeit, dass ihr eins der Monster, Kings Knight, Queens Knight, Joker und Jack Knight, vollkommen egal, vom Deck auf den Friedhof schicken könnt. Dann haben wir diese Karte im selben Namen und die könnt ihr von der Rand spezial beschirmen. Ist also erstmal ein Free Special Summon, was jetzt halt nicht bad ist. Der andere Effekt dieser Karte ist, in der Endphase, wenn diese Karte im Friedhof liegt, könnt ihr ein anderes Licht-Kriegermonster von eurem Friedhof wieder einen Deck zurückmischen und dann die Karte wieder auf die Hand nehmen. Heißt, die recycelt sich also selber. Das heißt, sie ist jede Runde halt ein Free Special Summon, was jetzt keine schlechte Karte ist. Das ist auch eine Ultra-Ready aus dem Set. Sie ist natürlich für das eigene Deck-Thema deutlich wichtiger als für generische Applikationen. Aber sie ist ein generischer Special Summon von einem Kriegermonster Level 5 Licht. Da gibt es bestimmt einige Wege, die Karte gut spielen zu können. Ich werfe es nochmal kurz raus. Das könnte wirklich ein Thema werden. Die nächste Karte, die zu den Top-Karten gehört von King's Court, ist natürlich Lightning Storm. Der Reprint wurde angekündigt und es ist natürlich eine der Top-Karten. Es ist eine super gute Karte. Es ist, by the way, auch eine Ultra-Rare, also auch nicht ganz so einfach zu bekommen. Und die Karte geht aktuell so 40 Euro. Ist also nicht viel günstiger als der andere Print, was halt voll dumm ist. Aber die Karte wird halt schon fallen. Für alle, die warum auch immer nicht wissen, was Lightning Storm tut. Wenn ihr keine offenen Karten kontrolliert, könnt ihr die aktivieren. Könnt ihr entweder alle ATK-Monster zerstören oder halt alle Zauber- und Fallen-Karten. Einfach eine gute, solide Karte. Kam damals in Ignition of the Soul raus. Jetzt gab es den Reprint hier in King's Court. Ich bin mal gespannt, ob die wirklich auch in die Megatens drin wird. Oder ob die wirklich sagen, wir haben jetzt hier den Print. Wir machen die in die Megatens nicht rein. Bevor wir jetzt zum ersten Platz kommen, zu der besten Karte aus dem Set. Und es gibt auch ein paar lobenswerte Erwähnungen. Und das sind tatsächlich die Collectors Rares und einige Reprints. Es gibt viele interessantere Reprints aus dem Set. Die jetzt nicht unbedingt einen sehr hohen Value haben. Aber wo man sagen muss, so nice to have. Es gibt in diesem Set Collectors Rares, die ich sehr, sehr cool finde. Es gibt zum Beispiel eine Collectors Rares von Rota, die ich sehr, sehr cool finde. Weil das eine Karte ist, die in sehr, sehr viel Index gespielt wird. Und da mal so ein High Reprint zu haben, ist halt nicht verkehrt. Genauso wie Rivaly of the Warlords hat eine Collectors Rares bekommen. Das heißt, ihr könnt demnächst, anstatt diesen 10 Cent Flip zu bekommen, um nicht mehr spielen zu können, könnt ihr jetzt halt einen 100 Euro Flip bekommen, um nicht mehr spielen zu können. Das ist doch auch mal ganz nice, oder? Aber ich würde sagen, machen wir weiter mit der besten Karte aus King's Court. Und das ist natürlich F-Zero Utopics Dragon. Ist gar nicht so einfach rauszubekommen, aber der Effekt ist halt sehr, sehr gut. Also die Fähigkeit von F-Zero ist halt, dass wenn der Gegner einen Monster-Effekt aktiviert, den Monster-Effekt annulieren könnt und dann die Kontrolle über das Monster übernehmen könnt. Das ist halt ganz witzig, weil das ist halt ein Out für Dragoon, by the way. Nur um das mal gut rauszuwerfen. Aber das ist halt ein permanenter Klau. Das heißt, ihr habt die Karte halt immer. Das heißt, die Karte wird der Gegner nie mehr zurückbekommen. Das ist also nicht verkehrt. Die Beschwürungsbedingung ist ein bisschen schwierig, denn ihr braucht theoretisch halt drei Exi-Monster, die kein Normalmonster sind. Ihr könnt die aber über F-Zero machen. Und in F-Zero braucht nur zwei Exi-Monster, die kein Normalmonster sind. Das wäre mit Zodiac super easy gewesen, aber der Identity ist Bands. Deswegen klappt das nicht mehr ganz so gut. Und ich weiß nicht, in welchem Index der wirklich gut stiebe ist. Ihr könnt die halt in Phantom-Matter ausprobieren. Da könnte sie wirklich gut funktionieren. Ich glaube, in Utopia selber wird sie auch funktionieren. Ihr könnt sie sogar in Cyber-Dragon spielen. Wobei das halt nicht so clever wäre. Weil ihr könnt sie teurig sogar in Earth Machine spielen, wenn ihr die halt nicht, wenn ihr beschwört, vorher Doser gemacht habt. Das kann auch passieren. Also viele Möglichkeiten, solche Sachen zu machen. Deswegen nicht vergessen, dass eine sehr, sehr gute Karte. Und die werdet ihr auf jeden Fall sehen, wie oft und wie competitive sie sein wird, keine Ahnung, aber die wird auf jeden Fall vorkommen. Sollt ihr euch das Set kaufen? Ich bin der Meinung, wenn ihr jetzt denkt, dass dieses Set die Karten hat, die ihr braucht und ihr möchtet ein paar Bags öffnen, go for it. Wenn ihr das jetzt nicht wirklich so seht, dass ihr Karten aus dem Set braucht und ihr könnt euch da drei, vier einzelne Karten kaufen, dann holt euch die einzelne Karten. Denn das Set wird jetzt durch die Millennium Secret Rares nach oben gehen und wird erstmal nicht mehr fallen. Das Set wird sich so auf die 100 Euro bewegen, wahrscheinlich vom Werte. Aktuell geht es so um die 60, 70. Wenn die Millennium Secret Rares nicht so häufig drin sein werden, denn wenn die sehr selten sind, dann wird das ein sehr teures Set nachher, weil die Karten werden auch teurer, die werden den Preis stacken und das Set wird dann deutlich teurer werden. Aber das ist halt nur meine Meinung. Wie immer, eure Meinung ist die, die zählt. Wenn ihr Bags öffnen möchtet, kauft ihr ein Ding. Es ist halt kein Kack-Set. Es ist halt jetzt kein Ancient Guardians. Ich würde sagen, das war es für heute Video. Lasst mir gerne mal ein Like da für das Video und dann sehen wir uns im nächsten Video. Bis dann noch da rein. Ciao Leute.